dieser mercedes benz cls 350 shooting break steht hier zum verkauf der schwarze kombi ist fünftürig und bietet platz für fünf personen der kilometerstand des autos liegt bei unter 25.000 kilometern die erstanmeldung war anfang 2015 der kombi besitzt zahlreiche ausstattungsdetails wie esp 5 suffix kindersitz befestigung navigationssystem party gefilter einparkhilfe und noch vieles mehr unter der haube gibt der diesel eine satte leistung von 252 ps an das automatikgetriebe ab der angegebene verbrauch liegt bei 6,8 litern pro 100 kilometer kontaktieren sie uns wir informieren sie gerne näher